so hallo meine lieben doktor hat gesagt ich soll ein bisschen sport machen und natürlich habe ich denn für sport habe ich habe ich auch habe ich ja mein dubbel jetzt schläge haben wir ja 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 und sie haben wir über 140 jahren ja 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 ich würde schon sagen vier meter können das nicht sein zwei drei vier so so still currently in the lead after that home but tiger woods is lurking in second place oh now on the team fresh off a birdie a great opportunity to build on that moment look at this saw through the air oh oh okay okay playing this shot from a hundred and twenty yards opting okay to get to 18 under the card with this part this one's tracking what a performance eight birdies on the card okay leading by five shots after that okay 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 that's a great shot here at the 15th it sets up a look for birdie okay 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 and one spot on the leaderboard after that three holes remaining this is what it's all about time to see who is going to get it done Das ist ein bisschen ein Blitz, von der Play-Out. Können sie noch machen? Oh, was ein Weg, um den Tag zu enden. Ich hoffe, dass er sich nicht verlassen kann. Er hat das Ding in hier dialet, sieht gut. die möglichkeit eines linders drückt uns die daumen sehr schön statistik zwei e-kappen Listen, if you're not going to go for this green, you better just give up your tour card. I mean, literally, this is a begging to be gone. This hole is going to show you what kind of player you truly are. Take out the three-witter driver. Knock it on the green. Make eagle. Make the crowd go wild. Anything less than that? No, thank you. Do you like the view from where you're standing, Henny? He's got roughly 105 yards here. Oh, good-looking shot here. That's headed towards the green. Bitte. Oh, tasty little pitch shot. What's that guy? That's his guy. Perfect distance, perfectly judged. Listen, look at that. Straight in the hole. Irre. Irre. Irre, aber schön. So schön. Ah. Minus 23. What a lovely position to be in. Holding the lead. Playing the last. Good luck. Oh, good. wir kommen nicht weiter dran müssen wir so oder so wunderbar wunderbar und eine Chance für Bürde und sie haben den Ball gewonnen heute noch eine großartige Bezug und er wird hier gewinnen ja like to look at this one and down it goes victory for this plan that was doch das hast du prima gemacht ging oder was schönes und so schönes stellen das dürfte wie oft haben wir den igel gab diesmal einmal ich habe es ein spektakulär das war sicherlich so okay was soll ich mit nike so tschüss ihr lieben bis zum nächsten match danke fürs dabei sein ich hoffe es hat euch spaß gemacht mir jedenfalls jede menge nach langer zeit mal wieder dankeschön ciao bleibt schön gesund